Hallo Grüße, ich habe zuerst einen Mürbeteig gemacht, den wisst ihr schon wie er geht. Einfach die Zutaten zusammenkneten oder wenn ihr ihn im Thermomix macht, dann nehmt ihr eiskalte Butter, ca. 12, 13, 14 Sekunden, bitte Sekunden, es hat mir niemand gesagt, der ist so komisch geworden, der hat ihn 15 Minuten kneten lassen im Thermomix, der war natürlich kaputt. 15 Sekunden höchstens auf Stufe 4, 5 und dann ausschütten, zusammenkneten und im Kehlschrank rasten lassen. Ich habe ihn im Kehlschrank rasten lassen, habe ihn in der Tartform tun, da habe ich einfach ein Papier auf, damit der Wand nicht runtergeht, das tun wir dann weg und lassen ihn 18 Minuten backen. Dann machen wir eine Himbeerfülle und zwar habe ich da 300 Gramm Himbeeren, frische habe ich, da tun wir 100 Gramm Wasser jetzt muss ich nochmal, so, Entschuldigung. Dann haben wir eine Prise Salz, dann haben wir einen Zucker, dann haben wir einen Kaffeelöffel, ich tue nicht immer wegen einem Kaffeelöffel Zitronensaft, der Zitrone aufschneiden, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, der wird mir sonst kaputt. Das ist ein reiner Zitronensaft, da ist sonst nichts drinnen und zwei Esslöffel Speisesteil. Das tun wir jetzt kochen. Das kommt dann auf den Mürbeteigboden drauf, dann tun wir es in den Kühlschrank, lassen es hart werden und dann obenauf kommt noch so eine weiße Schokoladencreme mit Creme Fraiche. Eigentlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Ich muss sagen, die schaut so sensationell aus, schmeckt sehr, sehr gut und ist wirklich, jetzt muss ich gerade schauen, ob in der Himbeer etwas drin war, nein, und schmeckt einfach sehr fruchtig, durch die weiße Schokolade auch ein bisschen süß. Das passt alles wunderbar zusammen und da ist nicht viel dabei. Sobald das anfangen kochen, tue ich dann die Speisestärke rein und zwei Esslöffel. Ein bisschen vorsichtig, ich darf mich ein bisschen herantasten, weil wenn es zu haut wird, dann schmeckt das ja auch nicht mehr. Das soll einfach nur schon zum schneiden gehen, aber nicht zu haut sein. Schauen wir da. Gut. Ich lasse das jetzt kochen und dann schalte ich wieder hin. Das dauert noch ein bisschen. So, das kocht jetzt. Jetzt tun wir die Speisestärke rein. Dann schauen wir uns das an, wie es eindickt. Und sonst tun wir einfach noch Speisestärke dazu. Besser ist noch, wenn es die Speisestärke ins kalte Wasser und da ein bisschen anrührt. Das hat jetzt keine Klumpel gemacht, aber das kann auch passieren, wenn sie es nicht schnell nur krürzt, dass es klumpelnd sein wird. Ich glaube, das ist ideal. Ich lasse es einem gern ein bisschen am Herd kochen, damit den Geschmack auch die Speisestärke rausgekocht. So, und das tue ich jetzt auf die Seiten, bis der Boden fertig ist und dann gehen wir das zusammen. Ich richte dabei fürs nächste her. Aber das brauchen wir noch nicht machen. Weil das muss zuerst im Kühlschrank halt werden. Und dann können wir erst die nächste Schokolade, ein bisschen Butter und Crème fraîche, das können wir erst nachher machen. Und wenn das halt ist im Kühlschrank. Aber das zusammentieren wir noch und im Kühlschrank und dann machen wir das nächste. So, wie taute ich jetzt so schön gold an. Ich mag es jetzt nicht ganz hell, ich mag es schon ein bisschen vorgekommen. Und jetzt schütten wir das drauf. Das reicht sowas von gut, das ist ein Wahnsinn. Und dann verteilen wir das schön. Und dann verteilen wir das schön. Das, dass das noch weiß ist, gell? Das verteilen wir jetzt schön. Und so stellen wir das jetzt in den Kühlschrank. So eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann machen wir ein Crème fraîche Butter, die wir aufkochen. Dann teilen wir die Schokolade, die weiße dazu. Und das tun wir nachher drüber. Schaut total schön aus, wenn es schneidet. Und es schmeckt einfach total gut, dieses Säure von die Himbeeren und die weiße Schokolade ist ganz was tolles. Und geht echt schnell. Außer die Wartezeiten, bis es wieder am Ort ist. Bis später, wenn ich die Schokolade mache. Gell? So, jetzt machen wir die nächste Schicht. Und zwar das ist jetzt Butter und noch ein bisschen Crème fraîche. Schalten wir da rein. Das lassen wir aufkochen. Jetzt nehmen wir nachher die weiße Schokolade dazu. Und über die Taub drinnen. Und das ist alles gewesen. Ich habe mir ein paar Himbeeren aufgehalten. Dann tue ich nachher noch ein bisschen auf und dekorieren. Und fertig ist es. Normal tut man das über die Schokolade, aber ich habe jetzt da so eine kleine Schüssel. Ich tue das einfach nur da dazu. Dann nehmen wir jetzt den Chineepissen. Lassen wir uns aufkochen. Das ist jetzt hart. Aber schön hart. Dass man es auch noch schön schneiden kann. Na, das Glocke hat schon. Das brauche ich jetzt nicht mehr noch mehr. Aber hier hab ich das ganz schön sch ninjaке. Das ist eine kleine Schüssel. Ich tue das. Das ist das die Schüssel. Das ist die Schüssel. Das ist die Schüssel. Ich tue das. Die Schüssel. Und das Haus, das ist die Schüssel. Das ist die Schüssel. Da ist die Schüssel. Aber das ist alles total einfach, muss ich sagen, also da ist überhaupt keine Schwierigkeit dabei. Die einzige Schwierigkeit ist, wenn ihr anstoppst vor dem Montag, aber das braucht ihr nicht haben. Jetzt könnt ihr noch eine drücken, weil er ziemlich weich ist, so das kocht jetzt. Ich schütte jetzt da die Schokolade dazu. Normalerweise ist es umgekehrt. Einfach Klopf drühen. Und das tun wir jetzt da drüber. Und wieder in den Kühlschrank. Und jetzt so ungefähr 2 Stunden. Das ist jetzt alles gewesen. Ich tue es rein. Ich tue es nachher noch, wie gesagt, dekorieren. Schneide es an, mache ein Foto. Da ist wirklich überhaupt nichts dabei. Macht es nach, da braucht es überhaupt keine Bedenken haben. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Ich sage wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch und einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.